Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video-Tutorial. Mein Name ist Thomas Adorf und ich bin Fotograf aus Karlsruhe. In diesem heutigen Tutorial möchte ich euch gerne zeigen, wie ich meinen persönlichen Jahreskalender in Lightroom erstelle. Dazu habe ich mich allerdings entschlossen, keine DIN A4 Blätter auszudrucken, auf denen oben quer ein Bild zu sehen ist und unten drunter das entsprechende Kalendarium, sondern ich möchte das Ganze als DIN A3 Blatt anlegen, auf dem drei Spalten vorzufinden sind. In diesen drei Spalten soll jeweils ein Hochformatfoto zu finden sein und unten drunter das entsprechende Kalendarium. Deswegen habe ich mir hier zum Demonstrieren schon mal einige Fotos rausgesucht. Hier exemplare ich jetzt drei Stück. Das kann man am besten in Lightroom über eine Schnellsammlung machen, sodass man aus verschiedenen Ordnern seine Lieblingsbilder zusammensuchen kann. Und weiterhin habe ich mir in einem Bildbearbeitungsprogramm das entsprechende Kalendarium erstellt. Dazu habe ich einen Streifen gemacht, der so breit ist wie ein DIN A3 Blatt und habe dort entsprechend den Monatsnamen, die Wochentage und die entsprechenden Zahlen hinzugefügt. Das Ganze viermal, also für alle Monate. Diese Dateien, diese JPEGs, muss ich mir dann nur noch in Lightroom importieren. Ich denke, dazu muss man nichts weiter erklären, das wird wahrscheinlich jeder wissen, wie das funktioniert. Und wer das Ganze jetzt auch zu Hause mal einmal ausprobieren möchte, kann sich diese Dateien gerne in dem passenden Blogbeitrag auf meiner Webseite herunterladen. Anschließend, wenn ich meine Bilder zusammengesucht habe und diese Kalendarienblätter importiert habe, muss ich in Lightroom nur noch in das Druckenmodul gehen. In dem Druckenmodul seht ihr hier links bei Lightroom direkt schon diese Vorlagen. Dort hat Lightroom einige fertige Templates, einige fertige Layouts hinterlegt, mit denen ihr eure Bilder ausdrucken könnt. Weiter unten gibt es die eigenen Benutzervorlagen. Dort kann ich mit einem Rechtsklick neue Benutzervorlagen importieren. Auch diese Druckvorlage für diesen Kalender findet ihr in dieser ZIP-Datei, wo auch diese Kalendarienblätter drin zu finden sind. Dort habe ich mir eine Druckvorlage erstellt, passend für ein A3-Blatt. Ich habe passend zu meinem Drucker ein randloses A3-Blatt gewählt. Dazu muss ich erst hier unter Seite einrichten, das Format für den entsprechenden Drucker auswählen. In meinem Fall hier DIN A3, Einzelblatteinzug, randlos, automatisch erweitert. Im nächsten Schritt muss ich mir hier auf der rechten Seite meine Layoutvorlage zusammenstellen. Dort habe ich die Möglichkeit, Einzelbilder auszudrucken. Ich habe die Möglichkeit, Bildpakete auszudrucken. Oder ich kann mir aber ein benutzerdefiniertes Paket erstellen, was ich hier mit meiner Kalendervorlage A3 gemacht habe. In diesem Fall habe ich mir drei Spalten angelegt, mit den entsprechenden Maßen in der Höhe. Die habe ich mir hier unten rechts als eigene Zelle angelegt. Weiterhin eine vierte Zelle, in der mein Kalendarium auf diesem A3-Blatt ausgedruckt wird. Diese vier Zellen habe ich jetzt passend auf meinem A3-Blatt angelegt und entsprechend als Layoutvorlage abgespeichert. Das Einzige, was ihr jetzt noch tun müsst, ist, diese entsprechenden Zellen mit euren Bildern zu füllen. Das heißt, ihr klickt jeweils eine Zelle an, zieht per Drag & Drop euer Bild in diese entsprechenden Zellen hinein und füllt so eure Bilder in dieses Kalenderblatt ein. Das machen wir jetzt mal hier mit diesen drei Fotos. Unten drunter dann das entsprechende Kalendarium. Und schon habt ihr eure Kalenderblätter fertig. Das Ganze müsst ihr jetzt viermal machen für vier verschiedene Kalenderblätter, insgesamt zwölf Bilder. Was ich anschließend nach dem Drucken noch machen werde, ist diese drei Streifen mit einem Cutter und mit einem Nial entlang der Bilder auseinanderschneiden. Und schon habe ich ein Format, was nicht üblich ist, was nicht dem üblichen Standard DIN A4-Format entspricht. Das war auch schon alles, wie ich mir meine Kalenderblätter erstelle. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, diese A3-Blätter entweder zusammenhängend an die Wand zu hängen oder auf den Schreibtisch zu legen oder aber diese in Streifen zu schneiden. Wer das Ganze, wie gesagt, auch selbst ausprobieren möchte, sich selbst seinen eigenen Kalender erstellen mag, kann gerne die ZIP-Datei mit diesen vier Kalendarien und der Druckvorlage für Lightroom auf meiner Webseite in diesem Blog-Beitrag herunterladen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick wieder gefallen. Ihr habt Spaß dabei, selbst euren eigenen Kalender zu erstellen. Wer mag, kann mir gerne Anregungen, Kommentare hier in YouTube oder auf meiner Webseite hinterlassen, vielleicht aber auch sogar ein Foto eures fertigen Kalenders. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Spaß beim Ausprobieren. Euer Thomas Adorf. Euer Thomas Adorf.